Heute ist ja der 1. April und die anderen Test-Server-Owner haben sich ja anscheinend was witziges überlegt. Und zwar, wenn ich jetzt in meine Server-Liste gucke, ist da oben erstmal mein Server. Und da drunter steht dann halt so, ist halt eigentlich dasselbe Layout. Und man muss jetzt erstmal echt gucken, ja was ist eigentlich das Richtige. Und steht hier oben, hier steht hier aber Weed World LP 420 Blazed. Und heute Morgen habe ich auch mein Discord aufgemacht auf meinem Handy. Und dann dachte ich irgendwie, ja warum hat mein Discord jetzt 2 Nitro-Boosts. Aber es war gar nicht mein Discord. Weil der Discord von Laisa, der hat sich jetzt Trees Test-Server genannt. Und dann hat der Typ so geschrieben, hello everyone, this server is owned by Trees.ac. Und das war halt sehr witzig. Und was halt noch verwirrender ist, bei Minecraft hat Poke und mein Server dasselbe. Und bei Discord ist es halt Laisa und mein Server. Und dadurch ist es halt doppelt verwirrend. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich witzige Geschichte, weil mich das heute Morgen bei Discord echt verwirrt hat. Ja. Jetzt hatte ich dem Typ auf Laisa erzählt, dass Poke meine MOTD kopiert hat. Und jetzt hat er das auch noch gemacht. Und jetzt sieht halt alles gleich aus. Und jetzt ist das Könne. Vielen Dank.